Und gibt es den Moment, dass Sie so möglicherweise auf einem erhöhten Punkt hier im Spree-Tower oder wo auch immer auf die Stadt schauen und sagen, ich habe für diese Stadt, obwohl Sie ja Ministerpräsident eines ganzen Landes sind, nämlich das Land Berlin, aber ich habe für diese Stadt jetzt die Verantwortung übernommen? Ja, das ist schon öfter so. Ich hatte mal, das war glaube ich vor einem halben Jahr mal einen Abend in der Akademie der Künste und wir haben da eine Terrasse und man guckt über Berlin und man guckt aufs Brandenburger Tor, auf den Reistag, auf der anderen Seite ist das Rote Rathaus. Und in dem Moment ist mir das auch so ganz bewusst geworden, dass das wirklich toll ist. Also man kann sich eigentlich nichts Schöneres wünschen, als wenn man Politik mag, auch regierender Bürgermeister in Berlin zu werden, aber dass es auch eine große Verantwortung ist. Ja, und Sie kommen jetzt in einer Reihe vor, auch im Geschichtsbuch, wo Ernst Reuter, Willy Brandt und so weiter drinstehen. Das ist ja immer bitter, diese Vergleiche. Aber Sie sind in der Reihe. Ja, aber das sind nur wirklich die ganz Großen in unserer Berlin-Geschichte und da muss man auch sagen, das sind herausragende Persönlichkeiten, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker, Ernst Reuter, Sie haben sie genannt. Das sind herausragende Persönlichkeiten natürlich auch aufgrund ihrer Biografie und der besonderen Umstände in Berlin. Blockade, Teilung, Mauerfall, alles das, was ja Berlin-Geschichte ausmacht und diese Personen haben das alles mit begleitet und geprägt. Das kann man nicht wiederholen. Weder diesen persönlichen Werdegang, diese Biografie dieser herausragenden Männer, noch teilweise ja auch zum Glück die geschichtliche Situation. Da sind wir froh, dass wir das überwunden haben. Also insofern, das sind bittere Vergleiche, wenn man da in einer Reihe mit Willy Brandt gestellt wird. Sie sind es einfach von der Geschichte mal, da kann man es gar nicht aufhalten. Ich wünsche Ihnen allzeit ein glückliches Händchen beim Regieren und danke Ihnen sehr für diesen Besuch. Danke. Danke.